Das ist ein bisschen wichtiges Angriff. Das ist ein bisschen wichtiges Angriff, das ist ein bisschen wichtiges Angriff. Ich habe schon jetzt mit den letzten Arbeiten in der Betriebskirche. Alle für die Ausbildung. Ich vergesse noch da. Aber der ist nicht wichtig. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020